Hey Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play. Heute starten wir mit Aska. Wir haben ja schon die Demo zusammen gespielt gehabt und das Spiel war richtig cool. Ich habe schon irgendwie meinen Charakter. Ich meine, das war genau derselbe. Oh, das sieht ja nur ähnlich aus. Ich bin mir gerade unsicher. Wir können trotzdem mal in die Charakterendung gehen, ob da irgendwie neue Frison oder irgendwas Interessantes gibt. Aber ich meine... Nee, nein, 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 ich hatte eine andere Frise. Ich hatte denselben Bart, ja. Ja, wir machen erstmal die Frise. Wir gucken mal, ob es da irgendwas Neues gibt. Jetzt schon ganz... Oha, nee. Der kleine Zopf sieht gut aus. Ich würde aber sagen Nummer 2... Ah, nee, die hatte ich, genau. Aber das hat auch was. Ich nehme, ich nehme wie bei der Demo. Der Bart ist eigentlich schon ganz gut. Oh, der hat... Also der gefällt mir, aber ich muss sagen, der Bart. Ist irgendwie mehr nach meinem Stil. Ja, machen wir so. Braun. Eigentlich blond passt am besten, ne? Muss man schon sagen, so ein Wikinger. Oh, Spaß. Silber, das hat auch irgendwie... War es sowas... Müstiges, da habe ich so ein... ...legendärer Kämpfer bin oder so. Achso, das ist so ein Mix, ne? Blond, schwarz... Ja, jetzt kann ich mich schon nicht entscheiden. Aber es ist so gemixt, ne? Mit so ein bisschen Silber drin. Ich nehme blond. Blond passt zum Wikinger gut. So, helle Augen. Oder wir sind ein Dämon. Ne, 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 ne. Ich mache das zu oft. So, ja. Alles klar. Körper. Also, der Z2-Stil gefällt mir schon. Oh, das hat auch was. Oh, die sehen alle geil aus. Aber das gefällt mir irgendwie am besten. Machen wir helle Runen. Rote oder Lieder. Die sehen halt sehr auffällig aus, ne? Ich nehme die hier. Äh, rot? Warum ist er rot? Lila. Gibt es auch. Komisch. Okay, das sieht irgendwie so ein Zombie aus. Man könnte sich auch so ein bisschen so ein Fantasy-Charakter quasi erstellen. Ich nehme die ganz normale Hautfarbe. Vor Einstellung machen wir nicht. Speichern. Sieht gut aus. Okay. Und dann, ja. Es gibt noch die Dame. Ich kann es hier einmal kurz für euch zeigen. Asker. Aber wir wollen Ragnar spielen. Einzelspieler. Man könnte auch mehr Spieler machen. Warte mal. Öffentliches Server oder wie? Betreten. Ah, okay. Ich könnte einen Server machen und dann können Leute drauf kommen. Wäre vielleicht interessant so als Community. Aber ich starte jetzt erstmal alleine. Aber in den alten Spielern kann ich nicht laden. Alles klar. Hätten mich jetzt auch gewundert. Sitzung 2. Ray Guard. Mit Guard. Ray Guard. Ray. Halla. Ja, das klingt gut. Okay. Generieren. Wird schon gut gehen. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. So. Die Story ist aber bestimmt dieselbe. Schiffsbrüchig. Die Götter sind verärgert. Oh, diesmal kein Filmchen. Alles klar. Dann sammeln wir ein bisschen, aber nicht zu viel. Warte mal. Hier haben wir noch die Eier. Genau. Die sind wichtig. Immer her damit. Ich muss ganz kurz schauen wegen dem Sound. Ich glaube, das ist ein bisschen zu laut. Soundeinstellung. Was haben wir für eine Einstellung? Fenstermodus. Hoch. Qualität. Dann machen wir mal Ultra. Soundeinstellung. Hauptlautstecke ein bisschen runter. Musik ein bisschen runter. Und dann könnt ihr sagen, ob der Sound so für euch in Ordnung ist. Ich würde sagen. Ja. Gut. Die Götter vergeben. Ein Auge Odins. Okay. Ich soll direkt das Auge Odins bauen jetzt, oder was? Haben wir noch was zum Sammeln? Nee, ne? Und das Licht. Warte mal. Wir konnten doch irgendwie den Bereich scannen. Ah, ja. Ich will jetzt davon nicht zu viel nehmen. Wir nehmen irgendwie mal... Was sammelt der da noch vom Boden auf? Irgendwie fünf Stück. Weil wir ja nur begrenzt Platz im Inventar haben. Und soweit ich mich erinnern kann... Oh, warte mal. Das ist wichtig. Gluck, gluck. Können wir noch nicht abschlagen. Ja, Reed. Ja. Also, brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt. Ich brauche jetzt erstmal Stückchen... ... ... ... ... ... ... ... ... Stückchen und Äste. Böckchen und Steine. Ich war jetzt irgendwie ein bisschen abgelenkt. So, wir gehen mal zum Licht. Und dann holen wir uns vielleicht noch ein paar Muscheln vom Strand. Damit wir hier ein bisschen was zum Naschen haben. Bau-Menü, alles klar. Feuer. Sagt, einmal wollte ich ja noch machen, ne? Haben wir fünf? Ja. Oh, wir... Sogar ein paar Stöcke schon. So, den bügeln wir mal weg. Ich weiß nur gar nicht, wie wir uns heilen am Ende. Oh, 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 oh. Auf die Mütze. Ein. Okay, ich brauche ein bisschen Ausdauer. Weil die geben uns Fasern. Weil Fasern, äh, war immer ein bisschen... ...wer zu bekommen in der Demo, am Anfang. Daran erinnere ich mich noch. Sehr schön. Da haben wir sogar einiges an Fasern. Gefällt mir. Dann gucken wir, dass wir noch irgendwie an ein paar Muscheln rankommen. Und da habe ich auch einen Stein gesehen. Da sind ja welche. An beiden Seiten oder zählt das komplett? Okay. Und der ist da, okay. Aber irgendwie wurde der Film diesmal nicht abgespielt. Hat er sich irgendwie gemerkt, dass ich die... ...Demo gespielt habe? Nee, ne? Hallo? Okay. Das Vieh ist verschwunden. Irgendein Göttervieh oder ich habe keine Ahnung. So, wir nehmen jetzt noch einmal eine Muschel da hinten. Und dann würde ich sagen, passt das erstmal. Und dann gehen wir uns oben irgendwie einen schönen Spot suchen diesmal. Weil der in der Demo... Da habe ich ja nicht, ähm, ja... ...nicht so eine gute Entscheidung getroffen, sag ich mal. Mal hier nochmal Äste mitnehmen. Wir finden bestimmt oben jetzt gleich noch ein paar... ...Bären oder so. Bäder nehmen wir jetzt erstmal nicht mit. Wir können sammeln. Lieber in die Flasche einpacken. Aha. Ganz ruhig. Keine Rolle machen, bitte. So, 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 so. Dann schaue ich einmal ganz kurz auf die Karte. Äh, was ist denn das? Schiffswrack. Wir gehen einfach in den Wald hinein, würde ich sagen. Im Wald. Und dann gucken wir, dass wir irgendwie eine Fläche finden, die einigermaßen gerade ist. Was ist denn das für ein Tier da? Muss ich kämpfen? Hä? Die war doch... Okay. Also hier wäre schon mal in Ordnung, aber irgendwie... ...überzeugt mich das noch nicht so hundertprozentig. Aber warte mal. Oh ja. Nehmen wir mit. Aber wie viel Platz habe ich denn? Ein Ast nehme ich noch. Obwohl, wir können ein bisschen mehr mitnehmen. Ich bin nicht mehr gut dehydriert. Das sieht aber gut aus. Was ist denn da los? Eventar voll. Gut, dann sollen wir uns jetzt echt hier einen Ort suchen. Ja gut, da sollte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt hin, ne? Die Karte. Fragen bei Fragen. Ich würde sagen, hier. Aber wir kriegen den Felsen da nicht weg, ne? Oh, das wäre gar nicht so schlimm. Hier bauen wir. Wir bauen hier. So. Bauen. Einmal genau hier in der goldenen Mitte. So, wie war das noch mit dem Baum? Bereitstellen. Alles klar. Neue Tatabrüstung geht zum Ansehen. Alles klar. Dann können wir hier Feuer entfachen. Wir machen es aber erstmal hier. Warum bist du so weit weg? Warum bist du so weit weg? Ja, Steine und... Ich bin das mal. Ich brauche Steine. Irgendwie noch gar keine Steine gefunden. Außer ein... Wofür finden wir jetzt Steine, Leute? Aha. Warte mal, da haben wir einen. Wie viel brauchen wir? Ich habe vier. Das waren, glaube ich, sechs, ne? Ich würde aber eigentlich ganz gerne. Warte mal. Was brauchen wir für die Picke? Seile. Ja, warte mal. Machen wir es lieber das hier. Und dann brauchen wir die hier. Das macht ein bisschen mehr Sinn. Genau. Aber dann können wir direkt Steine kloppen. Das ist hier tausendmal besser. Was haben wir hier? Ich mache mal einen Stock hier. Liste mich mal in Ruhe. Werde direkt belästigt. Unerhört. Aber irgendwie habe ich jetzt noch keine Fasern gefunden, ne? Wir müssen irgendwie mal Stellen finden, wo wir dann ein bisschen einfacher Fasern finden. So. Also. Bauen. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Brennstoff hinzufügen. Ich wollte genau das hier machen. Bereitstellen. Dann Steine. Wo haben wir denn? Ah, guck mal. Perfekt. Was liegt da? Ach. Gratis. Äh. Gedrückt halt. Ach. Ernten. Ja klar. Ich dachte schon, warum muss ich, äh. Manuell die ganze Zeit draufkloppen. War aber nur mein Fehler. Du, 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 du. Dann haben wir gleich genug Steine. Die großen Brocken versuche ich hauptsächlich irgendwie zu lassen. Weil wir die auch für dieses, ähm, Auge von Odin brauchen. Wohl den hier könnten wir klein hauen. Ja, ja. Du wirst langsam durstig. Beruhig dich mal. Einmal. Oh nein. War das ein Fehler hier hin zu kommen? Ich glaube, ich bin in einem, in einem sehr gefährlichen Gebiet, ne? Komm. Nein. Nein. Falsche Taste. Oh, wie heile ich mich? Heilt das nach der Zeit? Äh, 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 äh. Na super. Ein Hammer. Ja, der Ort hier ist anscheinend, äh, sehr gefährlich. Das war mir nicht bewusst. War das vielleicht ein Fehler hier hin zu kommen? Jetzt hab ich einfach, wie, ich hoffe, die Pfeile verschwinden. Sieht nicht so gut aus. Die Leiche bleibt bestimmt da. Äh, wenn wir jetzt ewig mit Pfeilen rumlaufen, ne? Dann rast ich aus. Oder kann ich die irgendwie rausziehen? Wie die Pfeile irgendwo drin? Ne, ne? Hm. Alles klar. Ich hoffe echt, dass jetzt nicht mehr als Skelette kommen. Also eins war mir schon genug. Ach, warte mal. Guck mal, hier liegt ein Pfeil. Den könnten wir sogar... Aha. Guck mal, hier hängt sogar ein Baum. Okay, ey, das ist ja cool. Aber wie kriege ich die aus dem Körper raus? Ich weiß es nicht. Und kann ich mich überhaupt wieder heilen? So, Baumenü. Ne Steinachs. Alles klar. Ja, jetzt hab ich... Ein Augenblick mal. Unterschlupf, bla 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 blub. Steinachs. Ja, damit... Ah, was ist meine Flasche? Hä? So. So, Knoblauch. Raus damit. So, meine Güte. Weg damit. So. Also. Wo ist mein pfeifender Freund? Weil ich glaube, das war ein Fehler, ne? Dass wir direkt hierhin sind. Ach, ich vergesse mal zu halten. Gut, dann hacken wir mal. Fangen dann gleich an, unseren Unterschlupf zu bauen. Wollen wir uns überpeilen? Warte mal, was, wenn ich jetzt hier am Ampfe? Lecker. Lecker, lecker, lecker. Aber keine Heilung. Ich hab irgendwie so ein Gefühl, dass ich draufgehen werde, ne? Hm. Sollte ich schon mal speichern? Vielleicht ja. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte Sticks erstmal auf. Ich bin voll. Äh, wir lassen ihn nochmal fallen. Aha, ja. Gut, ähm. Mein Shelter. Äh, so. Zack. Ach, ja. Ich muss erstmal die Dingens machen. Die Hacke. Die gute alte Hacke. Dann hau ich erstmal den Kram hierhin. Ja. Ach so, okay. Ich verstehe. Ja. Und die Pfeile hau ich auch erstmal irgendwie hier nach unten. Gut, äh. Pfeifender Freund, wo bist du? Wie heile ich mich? Ja, ja. Ja, ja. Das hab ich mir schon gedacht. Aber das Ding ist, ich brauch halt Fasern. Und irgendwie... Hab ich doch nix zum Fasern sammeln gefunden. Ja, doch hier. Ja. Ja. Und die können wir auch mal mitnehmen. Nochmal Pfeile. Könnten vielleicht später nützlich sein. Jetzt nochmal Beeren. Ich brauch ein bisschen mehr Flax, bitte. Wie Zwiebeln, Beeren, Stöcke, alles. Aber ich hab irgendwie... Kein Flax hier. So, also jetzt noch weiter Beeren sammeln. Okay, ja doch. Essen ist schon wichtig. Ja, wo sind sammelt ich denn noch Nahrung? Nee, ich muss jetzt... Ich muss irgendwie hier mal in die Richtung laufen und schauen. Warte mal, was trinken. Das sollten wir schon machen. Das kann nie schaden. So. Ein bisschen Flax wäre nett. Vielleicht wäre hier unten zum Baum besser gewesen, oder? Ich weiß es nicht. Könnte gut möglich sein. Ach, hier ist wieder ein Strand. Flax. Sind das Beeren? Ich kann es irgendwie schwer erkennen. Ach, sehr gut. Wunderbar. So, das ist alles... Read. 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 Hier Flax. Oh, warte mal. Hier haben wir ein bisschen mehr, glaube ich, in der Gegend. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Na geil. Na ja, da sollten wir auf jeden Fall zu lang. Sollte ich mir den Ort hier merken? Kann ich mir markieren? Wegpunkt setzen. Das ist schon eine wichtige Stelle. Nehmen wir noch ein paar Beeren mit. Warum nicht? Aber hält sich mein Leben? Ich kann es irgendwie echt nicht erkennen, Leute. Ja, ne, Beeren, jetzt passt jetzt. Das sind auch nochmal Beeren. Okay, ich würde sagen... Das reicht erstmal. Wow, wir sind schon weit weg, ne? Dann laufen wir mal von hier oben. Sehr gut. Guter Mann. Und dann... Würde ich sagen... Craften wir uns gleich... Oh nein. Nein. Ah, das... Dieser Ort ist gefährlich. Ich hätte doch ein bisschen mehr Abstand nehmen sollen, ne? Aber so ist nur das Leben. Ich bin halt ein harter Mann. Ich bin nicht umsonst Ragnar. Oh, nice. So. Hallo. Steini. Danke. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt erstmal genug gesammelt. Wir sollten hier vielleicht mal... Zack. Und anzünden. Lasst mich mal in Frieden, bitte. So. Seile. Oh, oh, sehr gut. Machen wir direkt mal. So. Ne, jetzt habe ich wenig Steine. Hacke. Ich brauche mir Steine, warte mal. Da hinten hatte ich doch... Das hier. Oh, jetzt sind wir zu nah dran, glaube ich, ne? Ich habe überhaupt nicht vorhin Stein gehauen. Das hier. Oder ich hacke sonst die hier. Was soll's. Dann haue ich hier nochmal richtig zu. Und dann... Schön. Ich kriege irgendwie immer so ein Level ab, aber... Ich würde ganz gerne irgendwie ein bisschen Leben kriegen. Hacke, Shelter schnell bauen, eine Runde schlafen gehen. Jetzt hat er sich auch noch verletzt. Na, super. Jetzt verliere ich nochmal Leben. Ach, du bist ein Vollprofi. So, wir machen hier später weiter. Aha. Aha. Hacke. So, ebnen. Ja, ja, du bist hungrig. Ich verstehe, warte mal. Brauch dir mal die Bären hier rein. Warte mal, Knoblauch. Ach, Knoblauch heilt. Okay. So, ich sollte mal schön Knoblauch sammeln. Äh, fehlende Vorräte. Zweimal so ein Stamm. Warte mal, ich hab doch einen. Einen. Ob ich an den Baum gefällt. Da hinten. So. Hammer, ja super. Äh, sagt bitte, ich kann den Hammer direkt herstellen. Stücke. Stock und Stock. Stock auf Stock ist immer gut. So. Jetzt wird das immer gehämmert. Aber gut, wir haben Leben geheilt. Ich, äh, würde sagen, ich esse nochmal ein Knoblauchstück. Wichtig und richtig. So, was brauchen wir noch? Nochmal Stöckchen. Warte mal. Hier haben wir doch einiges. Den ersten Tag überlebt. Was ein Wunder. Ja gut, war schon ein bisschen knapp heute. Und ich weiß nicht, ob, äh, wenn wir jetzt auf zwei Treppen würden, ne? Wäre nicht so cool. Warte mal, irgendwie nochmal Stock. Nochmal. Das war's dann aber. Habe ich hier direkt mal so einen Busch, wo ich einmal abernten kann. Oh, warte mal. Geh mal her damit. Du hast keine Lust, direkt einen ganzen Baum zu fällen. Aha, hier. So, die beiden nehmen wir mit. Bauen wir uns nochmal Knoblauch ein. Lecker. Glaube ich dir. Und Baum. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Und die Pfeile soll ich mal rauswerfen. Ähm, die Pfeile sind ein bisschen unnötig. Was brauchen wir jetzt noch? Äh, Rinde. Da muss ich doch nochmal einen Baum fällen, ne? Oder habe ich hier noch irgendwo Rinde rumliegen? Ne. Na gut, da machen wir noch. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen, Leute. Ansonsten kann ich die Folge nicht beenden. Das tut mir sonst zu sehr im Herzen weh. Und dann esse ich gleich mal eine Zwiebel. Ich weiß nicht, ob die mich auch heilt. Wir können das durchlesen. Wir machen einfach Learning by Doing. Aha. Also ich, warte mal. Welche ist geheilt und kriege Schaden gleichzeitig? Könnte sein. Ah. Falsche Taste wieder. Aber egal. Gesundheitlich geht es uns einigermaßen gut. Aufheben, aufheben. Danke. Haben wir nochmal irgendwo Rinde? Echt das? Ich glaube, eine Rinde fehlt, ne? Ah nein, perfekt. 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 Jetzt verletzt es sich auch noch. Nice. So, Leute. Ich würde sagen, das war es auch mit dieser Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, wie immer, wir werden und vor allem auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao. 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 Vielen Dank.